UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Ich fliege nach Teheran und wir alle fliegen als Filmteam wieder aus. Sie müssen mir helfen, einen fingierten Film zu drehen. Sie wollen nach Hollywood kommen und einen auf Filmbus machen, ohne wirklich was zu tun? Ja. Dann passen Sie dahin. Sie brauchen ein Drehbuch? Argo, ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer. Mondlandschaft, Mars, Wüsten. Wir brauchen einen exotischen Drehort. Sie brauchen einen Produzenten? Wenn ich einen fingierten Film drehe, wird's ein fingierter Kassenknüller. Haben Sie keine bessere blöde Idee als die? Das ist die beste blöde Idee, die wir haben, Sir. Mit Abstand. Sie haben 72 Stunden, um sie rauszuholen. Hier ist Besuch für Sie. Haben Sie so schon mal Leute befreit? Nein. Sie erwarten, dass wir Ihnen unser Leben anvertrauen. Das ist mein Job. Und ich habe noch nie jemanden zurückgelassen. Wir wissen, wer Sie sind und dass Sie sich verstecken. Es ist vorbei, Tony. Wenn Sie hierbleiben, werden Sie geschnappt. Aber vermutlich nicht lebend. Wir sind für diese Menschen verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Glauben Sie, Ihre kleine Geschichte ändert was, wenn man uns eine Knarre ins Gesicht hält? Ich glaube, dank meiner kleinen Geschichte hält man Ihnen keine Knarre ins Gesicht. Wie ist wichtig? Da〜 jetzt Red男 sich über Sie oder Herr Hirschb 60 fahrt nun. Ich habe keine großen Zuschauer gemacht. Vielen Dank.